Von 8. bis 9. November findet in Leipzig die PROTECT statt. Die PROTECT ist eine Konferenz, die sich dem Schutz kritischer Infrastruktur verschrieben hat. Sie beschäftigt sich mit allen Belangen der Sicherheit von kritischer Infrastruktur, von IT-Sicherheit bis hin zum physischen Gebäudeschutz. Sei dabei! www.protect.de Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von DER Sicherheits-Podcast. Heute bei uns das Thema Mitarbeiter bei Taurus. Wie ist es denn eigentlich bei Taurus Sicherheitstechnik? Was macht man da und wer ist denn so bei Taurus Sicherheitstechnik? Ich habe heute hoffentlich zum letzten Mal meinen Robocop-Fuß. Ich habe mir leider das Schienbein gebrochen und nächste Woche ist es hoffentlich erledigt. Das heißt, ihr kommt heute zum letzten Mal in den Genuss von Krücken und Schiene am Bein. Heute bei mir die liebe Ines, Ines Wieser, unsere längste Mitarbeiterin. Du bist jetzt schon bald sechs Jahre bei uns, Ines. Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was hast du denn vor Taurus gemacht und wie bist du zu Taurus gekommen? Ja, also mein Wandel war eigentlich recht interessant, weil ich bin Schulabbrecherin und war dann eine lange Zeit im Einzelhandel. Genauer gesagt beim Billa, im Supermarkt, an der Kasse. War dort dann Tagesvertretung und natürlich irgendwann steht man fest und schaut sich um. Und ich war dann arbeitslos und war beim AMS und wollte zuerst in die Technik, weil ich durch meine Familie sehr viel Technikerfahrung habe. Mein Vater ist Schlosser, mein Stiefvater ist Schlosser, mein Vater ist Elektriker. Also ich bin damit aufgewachsen. Und hatte aber Probleme, eine Ausbildung zu finden im Technikbereich als wirklich Elektrikerin. Weil viele dann auch mit Frau ein bisschen vorsichtig oder ich war damals dann schon 22, also ich war teilweise auch zu alt. Und habe dann gedacht, okay, in der Schule, ich habe kurzzeitig die Handelsschule gemacht und da hat mir Buchhaltung und Rechnungswesen eigentlich immer recht gut getaugt. Und war dann beim AMS und die hatten dann so ein Kursprogramm für eine, das war so ein Kurs, dann bist du dann zertifizierter Buchhalter. Aber hast keinen Abschluss und du hast halt so ein Zertifikat. Habe gesagt, ja, klingt interessant, schaue ich hin. Und war dann bei so einem Infotag und die erzählen dann, ja, ganz neu, sie können jetzt noch eine Lehrberufausbildung, Finanz- und Rechnungswesenassistenz, auch über das AMS, finanziert. Und ich habe solche Ohren gekriegt. Wirklich. Und wir hatten dann auch noch so Einzelgespräche, wo der eigentlich dann noch rausfüllt und so passt man auch in diesen Buchhaltungsjob. Und ich habe dann nur noch gefragt, ja, wie ist das mit diesem Lehrberufbild und wie ist das, wann ist, wann startet das? Also ich war Feuer und Flamme. Und das dürfte die Kursleiterin auch gemerkt haben, weil die hat gesagt, Frau Wieser, ich werde nachfragen beim AMS, ob Sie dafür in Frage kommen. Ich melde mich in circa einen Monat wieder, weil da wissen wir, wie das dann abläuft. Am nächsten Tag hat sie mich angerufen und hat gesagt, Frau Wieser, Sie haben einen Platz. Sehr gut. Das ging neun Monate, also wirklich hardcore, jeden Tag Schule, zweimal Praktikum und dann wirklich mit einer Lehrabschlussprüfung zweitägig am Wifi in St. Pölten. Ich war noch nie so nervös in meinem Leben und ich habe es noch nie so sehr gehasst, Wieser zu heißen, wenn natürlich bei der mündlichen Prüfung alles nach Alphabet geht. Was die letzte dann, die dran war. Fast. Das Gute ist, man wusste circa, wann, also welche Fragen schon kamen, was noch nicht, auf was man sich vorbereiten muss. Mit meiner super tollen Klappe habe ich es auch gleich mal geschafft, dass das Thema kam, was ich mir gerade davor angeschaut habe. Okay. Ja, weil alle hatten Angst um die Urlaubsersatzleistung und ich sitze beinhart beim Prüfer davor und er so, Frau Wieser, was fragen wir Sie? Die, ich so, bitte nicht die Urlaubsersatzleistung und ich so, gut, fangen wir mal. Ich habe es mir halt davor angeschaut, ich habe gewusst, was ich sagen muss und ja, dann hatte ich meinen Lehrabschluss. Cool. Guten Erfolg, leider den ausgezeichneten nicht geschafft, ein bisschen Wirtschaft und dann war die Jobsuche. Ich war davor in einer Hausverwaltung. Ich wollte gerade sagen, du warst ja auch in einer Hausverwaltung. Genau. Immobilien, da habe ich halt ein bisschen so in Immobilien reingeschnuppert, was ich mega witzig finde eigentlich für den zukünftigen Verlauf. Und da hat es aber nicht gepasst. Das war kein schönes Arbeiten, daraufhin habe ich dann auch gekündigt. Zum ersten Mal selbst eigentlich wirklich von mir aus gekündigt. Und ja, dann steht man da, was macht man? Keine wirkliche Berufserfahrung, keine, ich habe zwar einen Lehrabschluss gehabt, aber die Berufserfahrung hat gefällt. Und ja, beworben, beworben, beworben. Und irgendwann habe ich mir mal gedacht, okay, ich schaue immer auf Karriere-HT jetzt schon mal beim AMS. Und da sehe ich dann diese Ausschreibung für Assistenz der Geschäftsführung bei Tauro Sicherheitstechnik. Und ich habe mir gedacht, ich war an dem Punkt echt schon verzweifelt, um ehrlich zu sein, weil ich schon lange arbeitslos war und nur Absagen bekommen habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das schreiben wir mal hin, schauen wir, was passiert. Ja, ich glaube, keine halbe Stunde später hat mich ein gewisser Erwerbeneck angerufen und gefragt, wann ich denn zu einem Bewerbungsgespräch vorbeikommen könnte. Und hat mir ein Datum genannt, wo ich mir dachte, ah, da habe ich schon ein Bewerbungsgespräch. Habe dann einen anderen Termin vorgeschlagen, den hast du auch zugestimmt. Und dann saß ich da nach dem Telefon haben und habe gedacht, okay, ich habe jetzt ein Bewerbungsgespräch, jetzt sollte ich mir mal die Firma anschauen, wo ich mich beworben habe. Wo hast du denn die überhaupt, ne? Quasi. Und bekam dann auch schon mal so den ersten gefühlten Dämpfer, weil ich gesehen habe, oh Gott, die sind im 14. Bärchenbrunn. Ich wohne in Strebhausdorf, das heißt, hatte kein Auto, der Weg dorthin war lang. Das ist schon ein Meter, ich habe gerade so Flashbacks zum alten Büro. Oh ja. Und ich habe mir eigentlich immer als Grenze gesetzt, nicht länger als 30 Minuten mit den Öffens. Ja, da waren es dann halt 45 bis 60 Minuten. Und ja, ich habe mir dann halt die Website angeschaut und habe gedacht, okay, das schaut recht interessant aus. Und dann habe ich die Fotos von euch beiden gesehen, von dir und dem Markus und dachte, oh, das sind fesche Burm und jung und also die Vitalität hat gesprüht. Und dann habe ich dich nochmal angerufen und habe gesagt, ah, ich könnte jetzt doch früher. Wirklich? Ja, und mein Bewerbungsgespräch wäre gewesen an einem Donnerstag und wir haben es dann am Montag gemacht, der ursprüngliche Termin. Ja, das Bewerbungsgespräch war recht lustig. Das war noch im alten Büro, da Markus war unten am Stehtisch. Wir sind halt oben gesessen, sind halt durchgegangen und du hast mich gefragt, ja, und kennt dich. Und ich so, ja, Bivota-Bellen. Ich weiß bis heute nicht, was Bivota-Bellen sind, aber ich weiß, dass mich bei meinen Bewerbungsgesprächen davor alle danach gefragt haben. Und ich habe gedacht, ich sage das einfach, wenn er es will, dann lerne ich es. Und dann kamen noch von dir sonst irgendwelche Fragen und ich so, ja, wie steht es denn hier eigentlich zu Tatoos? Weil das war auch ein großer Punkt bei vielen anderen Firmen. Da hast du auch schlechte Erfahrungen gehabt davor, gell? Ja, und du so, und ich glaube, du hast mir sogar dein Tattoo am Unterschenkel gezeigt. Wahrscheinlich, ja. Ja, und dann hast du gesagt, der Markus ist auch back. Und ich so, super Firma, da will ich hin. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mittwoch Probetag gehabt, Mittwoch und Donnerstag. Und Mittwoch zum Mittag habe ich schon den Arbeitsvertrag gekriegt und seitdem bin ich da. Wahnsinn, so schnell ist es gegangen. Ja, und einfach die lustigen Fügungen des Schicksals, sage ich immer. Also hätte ich an dem Tag, zu dem Zeitpunkt nicht auf die AMS-Seite geschaut. Ich weiß, das Inserat war auch noch nicht lang drinnen. Nein, bei uns, ich kann mich nicht erinnern, das war auch so. Also wir haben auch schon einige Zeit lang gesucht, haben auch davor schon Leute gehabt, die halt nicht so gepasst haben. Und ja, wie gesagt, auch als Arbeitgeber denkt man nicht in erster Linie an, beim AMS zu inserieren, weil du dir halt normal denkst, okay, die guten Leute, die haben eh schon einen Job. Und du inserierst es halt eher auf anderen Plattformen oder heutzutage Social Media Recruiting Kampagnen, wie wir es auch machen, etc. Aber ja, das war einfach damals wirklich ein Glücksgriff, kann man sagen, in beiderlei Hinsichten, in beider Seiten. Und ja, unser Inserat war auch noch nicht lang beim AMS. Das war auch unser, als Arbeitgeber unser erster Kontaktpunkt quasi mit dem AMS damals. Das war auch ein bisschen weird am Anfang. Ich glaube, es war auch das erste Inserat wirklich für eine Vollzeitstelle. Davor waren es immer Studenten oder so 20, 30 Stunden. Ja. Und dann habt ihr gemerkt, ihr braucht es wen und ich habe halt dann gerade reingeschaut gehabt. Und ja, du warst ja am Anfang wirklich, kann man sagen, wirklich allrounder für alles. Oder so wie es halt ist in einer kleinen Firma auch. Ja, von auch noch damals Arbeitsvorbereitungen, Kommissionierungen, etc. Ja, einfach alles gemacht und alle zusammengeholfen, was halt langgefallen ist, wurde ja lewegt. Ja, wir waren damals fünf Leute. Ja, vier, vier oder fünf dann. Ja, also wenn ich euch wegrechne, waren wir eigentlich vier Mitarbeiter. Also, dass allein da den Wandel zu sehen ist, krass. Zu heute. Und ja, auch bei dir hat es sich dann halt immer mehr in die Zahlenrichtung entwickelt. Mittlerweile leitest du die Buchhaltung. Du kümmerst dich um das ganze Finanzielle. Der nächste Schritt steht schon wieder voraus, haben wir schon vorgesprochen, für nächstes Jahr, was passieren wird. Also, das ist einfach auch für mich sehr schön, als Arbeitgeber sehr schön zu sehen, wenn sich das positiv weiterentwickelt. Ich muss aber auch sagen, das liegt auch sehr viel an euch. Also, du weißt, wie es bei meiner alten Firma war, wo man nicht so viel eigenständige Handhabe hatte, wo über jeden Schritt drüber geschaut wurde. Und hier einfach dieses eigenständige Arbeiten. Und wichtig ist, dass man ans Ziel kommt. Wie, ist euch egal. Und das ist halt, da gibt es ja den Leuten einfach die Freiheit zu denken. Ja, aber auch zu denken, zu schauen, wie komme ich da hin. Zu überlegen, Schritte finden. Vielleicht kommt man dann selbst auf Schritte, die schneller gehen, die man davor gar nicht bedacht hat. Und wirklich diese Selbstständigung, dass man auch wirklich mit jeglichen Fragen immer wieder zu euch kommen kann. Und dass da auch, wenn man Fehler macht, dass da keiner verurteilt wird, sondern es heißt, ja, Fehler sind menschlich. Lernt draus. Schaut, dass du nicht wieder machst. Wenn er immer wieder passiert, dann müssen wir reden. Aber wenn er nochmal passiert, ja, ist okay. Aber es darf halt nicht immer wieder passieren. Und das einfach ist das, was so viel hilft beim Weiterkommen. Weil dann auch der eigene Elan da ist, zu schauen, wie kann ich es noch besser machen. Was kann ich noch machen, damit es noch ein... Und wenn der Arbeitsschritt nur fünf Minuten schneller geht, dann aber auf die Zeit gerechnet. Wenn ich denke, fünf Minuten pro Tag, pro Woche, pro Jahr... Wenn du immer wieder repetitive Aufgaben hast, ist das wirklich viel wert. Genau. Und in diesen fünf Minuten kann ich dann anderes machen. Und das ist, was hier so viel hilft und was ich auch glaube, was auch beim Team gut ankommt, wenn man einfach sagt, man redet miteinander. Jeder hat seine Aufgabengebiete, aber der eine weiß bei dem ein bisschen mehr, der andere bei dem. Und wenn man Fragen hat, irgendwen gibt es immer, zu dem man gehen kann und fragen kann, hörst du, wie funktioniert das jetzt? Und man dann auch eine wirkliche Antwort bekommt und nicht nur irgendwie abgeschachtelt wird, weil die alle ihren Status erreichen müssen oder so. Ja, das versuchen wir. Also war, du weißt das eh, am allerbesten bist du am längsten dabei. War schon immer unsere Philosophie da, Freiräume und Platz zu lassen für, wie du sagst, eigenes Denken und selber auf Dinge draufkommen. Natürlich muss was weitergehen und es muss natürlich irgendwo zielgerichtet sein und das Ziel soll erreicht werden, wie du richtig sagst. Aber der Lösungsweg quasi und darf durchaus auch gerne selbst durchdachten, gibt es hin und wieder Dinge, wo wir wissen, so funktioniert es am besten oder glauben, so funktioniert es am besten. Ja, natürlich, aber das ist ja auch immer wieder schön, wenn neue Mitarbeiter kommen, die wieder neue Eindrücke, neue Erfahrungen etc. mitbringen. Und ich glaube, denke und hoffe, dass wir auch nach wie vor so offen sind, dann auch Änderungen und Inputs anzunehmen. Das ist ja immer so ein bisschen eine Gefahr, wenn es eine Firma länger gibt, dass man irgendwann so einen Tunnelblick kriegt. Und da hoffe ich, dass wir nach wie vor einfach sehr offen dem Neuen gegenüber sind. Wenn ich denke, allein an was wir die letzten Wochen an neuen Ideen, wie lange wir da immer zusammengesessen sind, um zu brainstormen, auch zusammen mittlerweile, was dann natürlich auf die Zeit geht, aber im Endeffekt kommst du auch auf ein gutes Ergebnis und merkst, okay, hat jetzt zwar lange gedauert, aber ab dem Punkt für die weitere Zukunft bringt es wieder eine Zeitersparnis. Ja, und es ist ja einfach sinnvoll, die Dinge gemeinsam zu entscheiden und gemeinsam zu erarbeiten, einfach, dass du alle Beteiligten an Bord hast. Genau, weil die anderen, also jeder sieht was anderes, ein Projektleiter sieht andere Punkte als ich in der Buchhaltung oder der Montageleiter, also da auch wirklich die Stimmen aller zusammenzuholen und da zusammenzukommen, weil ich kann jetzt viel sagen über Projektleitung, ich weiß aber nicht, wie das abrennt. Und wenn ich da jetzt sage, ja, die Projektleiter machen das jetzt so, wenn ich die Projektleiter fange, nein, machen wir nicht, weil das ist absoluter Schwachsinn. Dann redet man, dann sitzt man zusammen und sagt, okay, das wäre meine Idee, wie schaut es aus? Und dann kommt eben das Brainstorming zusammen, das Reden. Beim Reden kommen die Leute zusammen, sage ich immer. So ist es, ja, das ist richtig. Ines, zwei abschließende Fragen. Was gefällt dir am allermeisten bei Taurus und was würdest du gerne ändern? Was würdest du gerne verbessern? Was mir am besten gefällt, habe ich eigentlich eh schon gesagt, das ist das freie Arbeiten. Also dieses wirkliche, selbstständige Arbeiten und dieses Vertrauen, was einem gegeben wird. Das ist von so vielen Bekannten, wo ich höre, wo es anders rennt, denke ich mir immer wieder, das würde ich nicht schaffen, das würde ich nicht gehen. Also dieses Vertrauen, was einem geschenkt wird, das ist einfach super. Und was kann man besser machen? Ich hasse diese Fragen. Was ist denn im Internet? Oh Gott, momentan wird mir nicht wirklich was einfallen. Momentan, in meinen Augen rennt es momentan. Allzu viel würde ich nicht ändern. Momentan auf dem Status quo bleiben, den mal belassen. Bisschen Ruhe einkern lassen, wir wissen alle, Corona ist immer noch ein bisschen turbulent hinter uns. Die Inflation, das spürt jeder, also eher die Ruhe kommen lassen. Und nicht mehr immer noch für einmal im Monat Beauty Day für die Administration. Einmal im Monat Beauty Day. Ja, sponsert bei Taurus. Okay, ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören auf Spotify und Co. und fürs Zuschauen auf YouTube. Und ja, ich hoffe, wir haben euch ein paar Einblicke in Taurus geben können. Das Ganze war jetzt auch sehr spontan. Danke für die Initiative, Ines, dass du gleich die Initiative ergriffen hast, um da einzuspringen. Ja, und schreibt es uns gerne in die Kommentare euer Feedback, eure Fragen. Und ja, wenn ihr euch bei Taurus bewerben wollt, natürlich jederzeit gerne. Wir sind immer offen für coole, neue, motivierte Leute, für neue Eindrücke, für Leute, die es besser können als wir. Und ja, ich hoffe, wir sehen euch bald wieder bei der Sicherheitspodcast. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Shownotes.